Hallo, willkommen zu Ringen Tower Games und dem Review Tower, in dem wir über superklassische Shows und Filme reden. Wir haben uns ja vorgenommen, vor dem neuen Star Wars Film die alten Teile alle nochmal zu gucken. Und nachdem wir Teil 6 geguckt haben, gucken wir Teil 1. Jetzt nochmal kurz vorher, wo wir damit anfangen, dass ich mich bei Teil 6 vergessen habe zu fragen. Wusstest du eigentlich, dass vorher das Leia Luke's Schwester ist? Ja, hat letztlich geflasht. Also wusstest du das schon? Ja, wusste ich, bevor ich den allerersten Film geguckt habe. Deswegen, um die Überleitung zu finden, deswegen flashen mich die Filme jetzt, glaube ich, auch mehr als die alten. Weil ich von den alten einfach alles wusste. Da weiß man alle so großen Spoiler und so. Ich weiß nicht. Ja, Episode 1, ne? Der meiste Geist der Film der Welt. Ja. Was sagen Sie dazu? Ich fand den cool. Ich bin der noch nicht so scheiße. Also. Ach, keine Ahnung. Ich fand den nicht kacke. Ja, es gibt mega viel kackige Kacke. Aber ich werde den trotzdem insgesamt nicht kacke. Das ist trotzdem das schlechteste von allen. Ja, das schlechteste ist auch was, aber das ist nur noch ein okayer Film. Ja. Also nicht so wie... Allein die Musik haut das alles nochmal hoch. Ja. Die Musik war eh schon immer cool und jetzt kommt auch der Chor dazu. Wir können ja erstmal anfangen, was alles kacke war. Und da habe ich gesagt, wie major Binks. Exquise me. Stracal Binks. Onya. Stracal Binks. Das ist immer sehr sehr f Power! H Jew. Und Dracal Binks. Und Dracal Binks. R bell ... Na gut. R Excel düste. O 對不對 wir fangen damit an das super dann noch so ein bisschen ist das Padrennen lying zu lang vor allem ist es total sinnlos in den anderen Filmen gehts halt die ganze Zeit um irgendwelche gerade wichtigen Sachen und da geht es um kack Turon, das geht keiner genauer interessiert ja und es war ja voll wichtig um zu zeigen, dass der fliegen kann Trotzdem war es irgendwie der Hauptbestandteil des Films. Tatooine war halt cool und die hätten ja auch ein Porträt machen können, aber nicht die erste Hälfte des Films. Ich fand den sowieso argelang. Ich hab die ganze Zeit gedacht, die müssen doch jetzt irgendwann Schluss machen. Bei welcher Episode ist das? Vier? Nee, fünf? Ja, aber fünf. Wenn sie dann ganz am Ende nochmal ganz schnell irgendeine Basis kaputt machen lässt. Dann können wir mal ganz schnell den Todesstern oder so, ne? Nee, ja, bei vier... keine Ahnung. Hallo. Hallo. Hi. Ja, auf jeden Fall ist er halt total auch so Kinderfilmmäßig, ne? Vor allem der ganze Anfang mit Jaja Binks und dem ganzen... Seinem ganzen Volk da und auch diese französischen Dinger da. Also als Kind fand ich den Film ultra mega geil. Ich fand auch Jaja Binks geil. Das war einfach voll der geile Film. Und da war ja für uns auch schon... waren ja die alten Filme auch schon alt, sozusagen. Also waren nicht mehr so geil gemacht und da war es dann der erste Film, wo das alles voll epic gemacht war. Genauso bist du halt für Kinder, ist der Film glaube ich voll geil. Ist der perfekt. Also bei den alten Episoden fand ich den nur cool, weil ich verstehen konnte, wie man das feiern fand. Aber ich hatte dieses Nostalgie-Feeling da nicht oder so, weil ich es nicht haben kann. Weil ich es halt nicht konnte, aber... kannte. Aber das war jetzt der erste Film, der mich irgendwie tatsächlich selbst interessiert hat. Du wusstest nicht, dass das Obi-Wan ist und du wusstest... Ich wusste nicht, dass der stirbt. Ich wusste nicht, dass die so Epic-Fighten zu dritt. Wo ich nichts mehr sagen konnte, weil ich einfach nur die ganze Zeit unter der Decke den Mund offen hatte. Da hatten die auch irgendeinen kreisen Kampf-Koordinator oder so, ne? Weil dieser Darth Maul-Fight, was die für den Moves gemacht haben. Ich bin hier noch über den schlechten Sachen. Darth Maul fand ich auch mega geil. Schleicht! Okay, schlecht. Schade, du hast ja gestorben. Was ich auch schlecht finde, sind die Animationen. Weil meistens war es einfach krackig. Was gut war, war zum Beispiel, wenn man die Planeten von oben gesehen hat, und auch wenn die so rumgeflogen sind, dass so cool ist. Aber zum Beispiel die Schlacht sieht mega schlecht aus. Ach, an der ganzen Schlacht ist scheiße, dass Jaja Wings aus Versehen immer alles rettet. Ja, aber auch dadurch, dass dieses Volk da, die auch mal heißen, gegen die Droiden kämpfen, war das einfach ein komplett animierter Kampf. Die Landschaft drumrum war auch einfach ein grünes Fleck. Und es war einfach nur ein kompletter Animationsfilm in dem Part. Obwohl ich ja diese Droiden ja nicht cool finde. Roger, 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 Roger. Ich fand mega epic, wie die gelauncht wurden aus diesen Teilen. Ja, wenn die da alle rausgefahren werden und plötzlich so ein Trupp... Ich glaube, da hat mich dann, weil mein Bruder mir das gezeigt hat, Nostalgie gepackt, weil ich das, glaube ich, irgendwie unterbewusst mega cool war. Aber da finde ich halt, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, die Hoff-Schlacht sieht, das war alte Effekte und sowas. Ich finde, das sieht irgendwie trotzdem geiler aus, als diese animierte... Fuck, die Schackkämpfe da. Und die einzige Animation, die mich richtig gestartet hat, war Yoda. Echt? Den fand ich sogar noch okay. Nee, ich weiß noch, ich fand Yoda als Puppe so ein paar Sachen. Ja, das ist ja, das ist ja. Aber Dave, 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 das ist schon gar nicht gemacht. Ja, aber da war das Einzige, wo ich sagen würde, das fand ich blöd, weil mich stören animierte Schlachten nicht, weil ich halt nicht das Nostalgie-Feeling zu dem Anderen habe. Und für mich ist das dann einfach nur ein uralter Film mit schlechten Effekten. Also es war trotzdem geil, aber das war irgendwie so für mich. Und was halt cool ist, auch an den ganzen neuen Episoden, dass da coole Schauspieler dabei sind. Ja. Weil bei den alten Episoden ist ja nur Harrison Ford, oder? Vergessen geht's irgendwie. Die anderen sind alles einfach nur Star-Wars-Schauspieler, die irgendwo anders irgendwie mitspielen. Und hier haben wir Liam Neeson, Ian McGregor, Samuel L. Jackson, Keira Knightley. Natalie Portman. Hä? Natalie Portman ist die Richtige. Ach so, ey. Keira Knightley ist das Double. Ich verwechsel die beiden immer. Deswegen habe ich das gesagt, weil ich habe das irgendwann mal auf 9Gag gesehen, dass die, während des Drehs haben die, die tauschen ja die ganze Zeit die Rollen, weil die sich dubbeln und so. Und die haben das so getauscht, dass niemand wusste am Set, dass die gerade getauscht haben unabsichtlich. Und manchmal, die Mutter von Natalie Portman, die aufs Set gekommen ist, konnte die auseinanderhalten. Auf jeden Fall ist mir auch das jetzt irgendwie erst aufgefallen, dass am coolsten einfach Liam Neeson ist. Ja. Ja. Genau. Mega pisst, dass der... Ja. Da habe ich auch gedacht. Der Charakter ist auch irgendwie voll geil. Warum habe ich denn erinnern, dass wenn der Tod ist, hinterher Obi-Wan den in irgendeiner Höhle alleine verbrennt. Und nicht, dass 5.000 Leute alle Charaktere drunter stehen. Ist das in dem Neues? Keine Ahnung. Vielleicht passiert da sowas ähnliches nochmal? Weiß ich nicht. Was? Es stört noch wer? Weiß ich nicht. Aber ich... Übrigens war das... Weiß ich was, als Kind mega traurig, weil ich fast geheult habe, als er gestorben ist. Ich musste mich, glaube ich, eben auch arg zusammenreißen. Ich war sehr überrascht. Die haben Darth Maul einfach in der Mitte durchgeschnitten. Haaa! 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 Achso, und noch ein gartner Schauspieler ist natürlich der Fall McNulty von The Wire. Achso, er möchte Padme sprechen. Ok. Wieso kämpfen die immer über irgendwelchen Abgründen, wo sie runterfallen können? Immer! Damit die einen coolen Jedi-Jump einsetzen können. Das fand ich ein bisschen dumm. Die Jedi-Jumps? Ich fand die Jedi-Run auch scheiße. Das nennt man doch sowieso wie bei Hulk, oder? Hulk-Fanisch? Du hast natürlich nicht vergessen, aber das ist mega scheiße. Die kacken Medichlorianer, Alter. Was soll das, Alter? Hä? Das sind kleine Wesen, die in deinem Flugleben. Was soll das? Kann man doch einfach so lassen mit der Macht. Warum muss man jetzt wirklich Medichlorianer? Wir haben halt gedacht, das wäre so unrealistisch. Weil in dem ganzen Film ging das um Symbiose. Ja. Und es fängt damit an, dass in deinem Körper in Symbiose die Viecher wohnen. Und dann kannst du auch mit denen reden. Und das ist ja auch der ganze Sinn. Wenn der Balance reinbringen soll, dann ist das ja auch eine Art Symbiose. Und er hat über 20.000 Medichlorianer in sich. It's over. Nein, vor allem. Und E.T., ne? Ja. Das ist ja die Theorie, weil E.T. ja auch so Sachen bewegen kann, genau wie Jedi's. Er kommt da drin vor bei Star Wars. Und bei E.T. ist doch die Szene, wenn er als Halloween und er als Yoda verkleidet, und dann will ich die unbedingt zu Yoda hängen. Ja. Das ist voll geil. Das ist aber auch nur, weil die sich gegenseitig irgendwas versprochen haben, oder? Ja, Judge Lucas und die Typen sind ja irgendwie best friends. Ja, aber für mich ist doch so, das könnte eigentlich in einem Universum auch ein bisschen sein. Ist ja in einem Universum, wenn die da drin vorkommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall sind zwei und drei dann noch cooler. Ja, aber das ist doch das erste Mal, dass ich mich freue, weiter zu gucken. Also so richtig. Vorher war das nur so, yay, Star Wars. Und jetzt so, boah! Du weißt ja, also weißt du, wie macht irgendwas? Du weißt ja noch gar nicht, warum der jetzt überhaupt irgendwie gebös wird oder so. Ne, weiß ich nicht. Das war ja auch geil bei der Musik, dass wenn die dann angeteasert haben, dass Anakin Skywalker gefährlich ist, dann kam immer ganz kurz so... Was auch nur scheiße ist, ist die Jesusgeburt. Ach ja, das wüsste ich überhaupt nicht mehr. Ja, was? Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Das hab ich auch voll vergessen. Ich weiß... Da müssen sich doch mehr Leute drüber aufregen. Ja, also entweder... Er hat keinen Vater. Das muss sie... Die ist doch nur fremdgegangen und das ist scheiße Ausrede, oder? Ja. Ich war zu betrunken und mich daran zu erinnern. Was mich auch genervt hat, ich weiß nicht, ob das die Synchronstimme ist oder der Schauspieler von dem Kind die ganze Zeit so... Ja, ich bin ein super cooles Kind. Ja, so ein Kinderschauspieler. Ich hab auch mal... Ich hab auch mal... Ne, das gibt voll viel Guter. Was haben wir letztens noch geguckt? St. Vincent da war der voll cooles Kind. Ja, stimmt. Oder ich sehe jetzt so einen Menschen, der genauso aussieht wie der... Es gibt schon coole, aber das ist ja das Gute, dass das in der nächsten ist, dann ja nicht mehr so klein. Außerdem passt das doch. Ja, hab ich dann auch gedacht, aber trotzdem hat er mega genannt. Keine Ahnung. Also ist das doch ne coole Story, wenn er am Anfang halt einfach total lieb ist. Ja, aber ich finde das... Ne, das erzähl ich dann in dem nächsten Teil. Dann gucken wir... Ja, das müssen wir schnell bald machen. Wieviel verfahren denn? Haben wir noch? Drei? Mhm. Das sind ja nur noch zwei Filme, können wir auch jetzt machen. Ja. Ja... Genau... Hahahaha... 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 Du sagst, du sagst, du musst mitlachen! Hahahaha... 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 Wie war das bei... Drei... Drei Fragezeichen noch? Es gibt drei Fragezeichen, tust du das? Habt ihr das gesehen? Wo ist diegend Das ist ein Lattes!